Ui, was macht denn der Guzua da im Intro? Lasst euch überraschen, ich denke mal das ist eine coole Nummer. Ich drücke mal Play. Hallihallo, hier ist der Guzua. Und ihr auch. Und zwar komme ich aus der Vergangenheit. Ich habe das Video am 19.02.2015 gemacht. Und jetzt gucken wir mal was sich in dieser Zeit geändert habe. Also ich mache gerade mal einen Angriff. By the way, der ging eigentlich ziemlich in den Sack. Aber egal, jetzt weiß ich es ja. Gucken wir mal, was wir hier haben. Ja, Lunes habe ich Max auf 7. Ja, auf 7. YOLO. Auf 6. Und ich gucke mal gerade, was wir hier am besten machen. Ich denke mal, ich will das Dunkle auf jeden Fall haben. Und ja, das Alex wäre auch nice. Aber da wird fast mehr in den Sammlern sein, als woanders. So, jetzt gucken wir mal. Ach, wir spammen hier einfach mal rum. Gucken wir mal, wo sie hinfliegen möchten. Und dann werden wir die hier gleich unterstützen mit zwei Rage Spells. Und dann sollte das laufen. Mal gucken, was wir hier haben. Ein paar Luckys noch hinterher. Da muss ich mittlerweile sagen, ich hätte die Base mittlerweile, also ich nehme momentan halt keine Lunes, weil ich einfach wirklich mein Alex und eben auch, klar, Gold gibt man dafür nicht aus, aber weil ich das Alex wirklich für die Mauern halt haben möchte. Ganz klar. Und somit ist meine momentane Taktik, also da zeige ich auch gleich nochmal, dass ich wirklich sage, gut, okay, Boogies, Kobies, klar. Und aber auch nochmal, um ein bisschen reinzukommen. Also jetzt in dem Bereich hier, wenn ich jetzt sehe, okay, ich habe einen Tausender, sage ich mal, vom Dunklen. Den will ich haben. Dann komme ich halt eben mit ein paar Riesen, die ich vorsetze. Und dann halt Mauerbrecher, die dann, ja, weil die Dev-Gebäude halt abgelenkt sind. Und dann wäre man auch reingekommen und hätte natürlich um einiges weniger an Alex bezahlt. King und Queen auch gleich noch droppen. Und, ach, egal. Komm, YOLO, wir nehmen alles. Hauen wir raus. Ja, King geht wieder ein bisschen sehr weit außen. Die Queen, äh... Ja, dazu nochmal kurz. Ja, King, logisch. Ich meine, wenn ich natürlich den Rest draußen noch nicht gecleared habe, klar, läuft der natürlich draußen lang. Ganz logische Sache. Das läuft jetzt auch um einiges besser. Also da, denke ich, bin ich angriffstechnisch schon besser geworden. Klar wird es immer wieder Fails geben, klar. Besonders bei mir. Naja, aber das läuft eigentlich schon um einiges besser. Also ich sehe jetzt, wir haben ja heute den vierten, sechsten. Also das heißt, um und bei vier Monate später sehe ich, dass doch nochmal bei mir jetzt einiges passiert ist. Aber ihr seht ja gleich weiter, was los ist. Ja, traut sich da ein bisschen mehr. Mal schauen. Ja, aber der Loot war doch schon ganz in Ordnung. Das Dunkle ist komplett weg. Wir haben auch nur noch... Die Hälfte vom Alex. Also das ist auch ganz nett. Queen ist gleich down vom Gegner. Passt. Die Luckys, naja, klar, gegen den Expo, da stinken sie ganz schön ab. Aber, ach, das läuft doch ganz gut. Was war's? Ich glaube, ein Tausender am Dunklen. Ganz nett. Hier, Magierturm, keine Chance. Aber hier, ich sehe gerade die Kanone und die Tesla natürlich dann, die haut dann meine Queen natürlich kaputt. Ganz klar. Da geht nichts mehr. So, jetzt Ragen, dass der auch wirklich noch ein bisschen Zeit hat. Das muss ich wirklich sagen. Das habe ich auch am Anfang, als ich den King, das werdet ihr in meinen ersten Videos gesehen haben. Dazu komme ich später auch nochmal. Warum sind die ersten Videos nicht mehr da? Obwohl, eigentlich kann ich es euch jetzt auch erklären. Kein Thema, weil es ist ja dieses Vergangenheits-Zukunfts-Video. Wooser. Also, folgende Sache. Also, wie gesagt, King natürlich zuvor. Ich habe den früher ganz am Anfang gesetzt und gleich geraged. Warum nicht? War? Ja, warum nicht? Klar, ich meine, das wisst ihr alle selber. Und das läuft jetzt auf jeden Fall besser. Das ist ganz klar. Momentan ist er bei mir auf 15. Queen ist auf 15. Und, nee, genau, ich befinde mich gerade im Upgrade auf 16. Die Sache ist die, momentan ist es so, dass ich das Dunkle wirklich komplett saven möchte. Und wirklich, ja, speziell, sage ich jetzt mal, aufs Dunkle gucke. Dass ich sage, okay, ich habe jetzt zum Beispiel, ich bin so im Bereich Gold 3, Gold 2, renne ich rum. Da ist es dann einfach so, dass ich sage, gut, okay, ich finde genügend. Klar, weiter oben findet man viel mehr DLX. Klar, aber müsste ich natürlich meine Base auch, also klar, wird man halt auch mehr angegriffen. Dann wird natürlich auch wieder mehr Loot gezogen. Da müsste ich auch etwas bessere Truppen ausbilden, die halt wieder mehr kosten. Und somit denke ich, bin ich mit meiner Situation ganz gut. Eine Kaserne für Bogis, eine für Kobis, eine für Riesen, eine für Mauerbrecher. Wobei ich bei den Mauerbrechern sagen muss, dass ich da nur 10 Stück baue. Selbst das ist eigentlich schon relativ viel. Aber ich weiß das noch von früher, wirklich, da bin ich irgendwie mit 20, 25 Mauerbrechern los. Ist ein bisschen schlecht. Weiter geht's. Um wirklich den kompletten Rage zu benutzen. Und das wird schon, ja, das war schon wieder ein bisschen zu knapp. Aber ist okay. So, jetzt kommen wir mal kurz zu dem, ja okay, das war nicht so der Kracher. So, aber jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie ich momentan, also am 19.02.2025, 2025, ey, ich hab's halt hier, oder? 2015, wie es da bei mir aussah. Ich hatte eine 10er Mauer. Ich glaube, dann noch irgendwie 9, 9er. Gucken wir mal kurz rein. Nee, 6, 6, 9er und den Rest eben 8. Dev-mäßig so weit gemaxed, dass ich noch ein paar Fallen brauche und die Luftabwehr. Ja, dann bin ich damit durch. Truppen sind relativ maxed. Da war ich auch halt, also sprich, die dunklen Truppen waren noch gar nicht, nicht ansatzweise gemaxed. Und die habe ich jetzt so gut wie durch. Golem auf 4. Ja, also so gut, ja, Town Hall 9 maxed. Die einzige, das einzige, was noch im Upgrade momentan ist, ist halt die Walküre. Und dann bin ich damit auch komplett durch. Und finde ich auch ziemlich geil. Außer das dunkle Zeug. Das dunkle eigentlich noch fast noch gar nicht. Gucken wir aber gleich mal. So, hier nochmal kurz als Rechnung, sage ich mal. Ich habe mit irgendwie 31, oder? Ich glaube, ich habe mit 31 angegriffen. Ich gucke mal gerade. Wenn ich nicht komplett falsch liege. 31 mal 4, 5. Zack. Ich habe alleine 140k nur für die Loons ausgegeben. Plus die Spells. Das war eine totale miese Nummer. Dass ihr da mal seht, wie es... vor einiger Zeit aussah bei mir. Das passt alles. Das ist alles schick. So, jetzt gucken wir mal kurz rein. Also, Troops selber komplett das, was machbar ist im Rathaus 9. Außer der Heiler. Den habe ich noch nicht weiter. Wut habe ich mittlerweile auch schon maxed. Heil so gut wie. Jump, ja, weil ich nie genommen habe. Aber wie gesagt, hier ist eben noch einiges zu tun. Luckys maxed, Hexe maxed, Schweine maxed. Den Lava-Hund mache ich gerade auf 2. Und dann, wie gesagt, die beiden kommen auf jeden Fall noch. Aber, klar, die Helden gehen natürlich dann auch noch ein bisschen höher. Ganz klar. Also, mein Ziel ist jetzt einfach wirklich, klar, die Dev noch komplett durch. Dass die maxed ist. Dann mit den Mauern hoch. Und, ja klar, Helden hoch. Und dann werden wir sehen, was wir so machen können. Ja, wir werden uns, ja, wie soll ich sagen, in der Zukunft sehen. Ich wünsche euch was. Reingehauen. Ciao, ciao. Hallihallo, oder ist der Gusor wieder? Und zwar möchte ich jetzt mal kurz zeigen, wie es jetzt läuft. Ich hoffe natürlich gut. Klar, ist ein real Angriff. Ich drücke hier jetzt einfach mal den Heilen-Button. App-Bounty sei Dank. Also, wie gesagt, an alle, die das eventuell nicht gesehen haben sollten. Ich werde das Video nochmal verlinken. Mit dem App-Bounty läuft es halt wirklich gut. Also, da helft ihr mir natürlich auch richtig gut mit. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das seht ihr ja selber, wenn ihr das eben installiert. Seht ihr selbst, dass es, ja, für denjenigen, der sozusagen den Link weitergibt, ja, irgendwie 250 Credits pro Neuanmeldung gibt. Also, von daher läuft das schon. Das geht schon. Der hier geht vom Loot her und, na, ich meine, das ist jetzt nicht megamäßig viel. Vom Dunklen her. Aber, sind wir ehrlich, das ist auch schon nett. So. Ich will hier hin. Ich will jetzt erstmal mit, vorsichtig ablenken. Hier ist garantiert was. Oh. Warum macht man sowas? Ganz ehrlich, warum? Ich meine, das weiß jeder. So, mit denen will ich jetzt erstmal ablenken ein bisschen. Die sollten relativ viel Death auf sich nehmen können. Aber, die müssen auch meiner Meinung nach schon unterstützt werden. Yeah, die sind schon platt. Die Riesen. Achso, ich hab schon wieder, ich, ich vergesse es einfach. Tut mir leid. Äh, ich vergesse sie einfach zu healen, weil ich die sonst nicht mit einem Heal verwendet habe, zusammen. In Verbindung mit einem Heal. Sagen wir es mal so. Und jetzt gucken wir mal. Ich hau jetzt einfach mal die Riesen hier komplett raus. Und ich will natürlich das Dunkle komplett haben. Das ist klar. Das habe ich jetzt auch gleich. So, dann... Genau. Dann nehmen wir jetzt ein paar Mauerbrecher. Mal gucken, wie das läuft hier. Achso, soll ich jetzt nochmal einen Riesen heilen? Aber erstmal... Erstmal noch nicht. Erstmal hole ich meine Queen raus. Oder doch, doch, doch. Hier geht jetzt... Und wieder auch... Ja, scheiße. Ist natürlich gerade mit der Sprungfalle. Aber in einem Bereich halt gedroppt, wo die sich eben eine ganze Weile aufhalten, dass man da halt wirklich richtig was von dem Heal hat. Weil ansonsten bringt das irgendwie null. Das habe ich mittlerweile auch gemerkt. Ganz klar. Den nächsten Heal haue ich nicht mehr raus, weil sich das dann einfach nicht mehr lohnt. Weil so viel kann ich an Alex gar nicht gut machen. Und wie gesagt, ich zoome wieder ran. Weil da hat sich... So viel... Also das fand ich auch einfach... Ja, das ist einfach doof, wenn man da nicht ordentlich reinzoomt. Da seht ihr zu wenig davon. Von dem Spiel. So, ich habe noch ein bisschen was von den Mauerbrechern. Weil warum soll ich jetzt die Mauerbrecher raushauen? Die Queen wird da nicht wirklich angefasst. Jetzt, wo die Testlastern sind, da geht es dann ein bisschen mehr, weil die halt Einzelschaden haben. Klar. Und das war es dann. Gucken wir mal, was hier noch kommt. So, Queen geraged. Bringt das noch was? Ja, ich meine ganz ehrlich, jetzt haben wir keine Dev-Gebäude mehr. Das passt soweit. Dann kann ich das noch machen. So haben wir 100%. So, also ich habe jetzt nochmal kurz durchgerechnet mit den Heal Spells und Bogies und Riesen zusammen bin ich irgendwie bei 114.000, die ich an LX ausgegeben habe. Und wenn ich jetzt reinschaue, also sind wir knapp im Plus, ist jetzt nicht so die Menge. Die Mauerbrecher werden ja auch noch abgezählt. Also da gab es jetzt nicht wirklich viel zu holen. Aber ich habe wenigstens das DLX und dann passt das. Und ein paar Pokis, die hier auch noch. Aber wie gesagt, darum geht es mir nicht. So, jetzt möchten wir natürlich noch sehen, was hat sich in der letzten Zeit verändert. Das waren ja um und bei vier Monate. Nebenbei kann ich mal die hier rausnehmen. Was hat sich verändert? Ja, ihr seht es gerade selber. Da, da. Also nicht, ich habe mich, wer weiß, wie verändert, sondern die Bildqualität an sich. Also die Einstellung im Greenscreen bzw. mit der Softbox ist natürlich doch besser geworden. Soundtechnisch sollte das in Ordnung sein. Und was sehen wir hier natürlich? Wir sehen hier doch einiges an Mauern passiert. Und wir sehen auch natürlich ganz links, ich bin immer noch Rathaus 9. Das heißt also, ich bin meiner Sache treu geblieben und habe einfach gesagt, gut, okay, komm, nicht vorher hochgehen. Wenn ich natürlich da sitzen würde und alle Mauern fertig hätte und meine Helden noch gar nicht ansatzweise maxed wären, dann würde ich auch überlegen, ob ich dann doch schon vorher hochgehe, bevor man dann eben irgendwie mit Ressourcen da sitzt und komplett volle Lager hat und nichts machen kann. Das ist dann irgendwo auch am falschen Ende irgendwo gespart, sage ich mal, bzw. dann gewartet. Das ist Blödsinn meiner Meinung nach. So, ansonsten, heute habe ich den King, glaube ich, schlafen geschickt. Genau, den habe ich, ne, bzw. gestern früh, gestern früh, glaube ich, war es. Da habe ich den schlafen geschickt. Und so ist halt der Plan bei mir momentan. Dass ein Held immer schläft, wenn möglich, dass ich den anderen halt eben dann hochziehe. Und so weiter und so fort, dass die sich gegenseitig so ein bisschen hoch bauen. Und ja, wie gesagt, Level 30 ist da mein Ziel. Jetzt gucken wir mal nochmal kurz rein, wie es aussieht. Wie viele 10er Mauern ich jetzt mittlerweile schon habe. Hier 10k Abos mittlerweile geschafft. Richtig geil. So, alles löschen. Und jetzt nehmen wir das mal hier hin, dass wir das ordentlich sehen. Wir haben 50 10er Mauern. 50, das ist ganz nice. Auf jeden Fall. Und auch truppentechnisch. Ist, kleinen Moment, das sehen wir ja hier jetzt noch besser. Hier, wie ihr sagt, die wird jetzt noch gemaxed. Also für Rathaus 9. Und dann halt nur noch den Sprungzauber. Der Rest ist wirklich komplett gemaxed. Nur halt die Helden. Aber beim letzten Video habt ihr gesehen. Oder vorher im Video habt ihr es gesehen. Da war der King noch auf 10. Der ist jetzt auf 15. Also das passt auch. Aber wie gesagt, jetzt muss das einfach schneller gehen. Mehr Fokus aufs Dunkle. Und dann passt das. Jetzt gucken wir mal. Wir gucken wir mal. Ballern wir nochmal ein bisschen was raus hier. Ich überlege gerade, ob ich... Ne, da warten wir noch. Weil man kommt schnell in diese Sache. Dass man sagt, ach naja, komm. Jam ich kurz, jam ich kurz. Und das muss dann auch nicht sein. Aber wie gesagt, ähm... Luftfeger, klar. Den müsste ich auch noch... Ja, stimmt. Den werde ich auch auf jeden Fall noch als nächstes dann upgraden. Dann haue ich das nächste Mal Gold für den Luftfeger noch raus. Und dann passt das. Und ansonsten ist das alles ziemlich nett. Angriffstechnisch bei der Base kann ich nicht meckern. Aber das wird auch nochmal irgendwann umgestellt. So. Das war's dazu. Ich hoffe, mein Vergangenheit und Gegenwart Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Und jetzt kommt nochmal wieder ein Special Outro. Und ja, habt viel Spaß damit. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und vielleicht sogar ein Abo, wenn ihr neu seid. Bis dann. Ciao, ciao. So, und das war mein Video. Ich habe euch da und da jeweils nochmal ein Video verlinkt. In dem einen geht es um App Bounty. In dem anderen geht es darum, dass dieses Video das, ja, bis jetzt größte Video von mir ist. Ich habe da bald 400k Klicks drauf. Einfach nochmal reinschauen, wenn es euch gefällt. Und dann passt das. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.